Und ich bin reingekommen in der Schule mit meiner Mama das erste Mal. Meine Mama hat nicht gehalten von dem, aber sie darf haben, wo ich soll sein, im März auf dem Tag, und sie darf sich nicht sorgen. Der Klass hat sich schon angehäumt, und der Lehrer ist gewesen Wolf Jünen. Wolf Jünen ist gewesen ein junger, schöner, weissen Sie, ein Dämmel-Traseniger, Zinnett, und mit blauen, finkelndick, blauen Augen, und mit einem breiten Schmeichel. Er ist gewesen sehr originell ein Künstler. Er ist gewesen ein Künstler. Und ich hab gehört, wie er fragt meine Mama auf Englisch, er fragt sich mir, was er Jewish name? Und er fragt zum ersten Mal den Namen Geller. Er fragt mich etwa 1,000 Jahre alt. Ich hab nicht gewusst. Was ist eurer Englische nomen? Mein Englische nomen ist Gene oder Gertrude. Gertrude ist gewinn der Englische nomen, was im Sprache gegeben hat. Alle Mädel, die sind in Gebäuden geworden, in Amerika. Von meinem Mames Bruder und Schwester. Und beide hatten euch Mädel. Und sie haben genommen gegessen Gertrude, was das ist Geller, nach der Bobin, was der gestorbenen Kind ist. Es ist kein Modnitz herren, als ich auch bei Jüdischen nomen. Wie soll sich das denn? Untertitelung des ZDF, 2020